Wir haben hier im Podcast in der letzten Folge mit Sandra Ziesek ausführlich über Testmethoden gesprochen, auch über den PCR-Test, den wichtigsten nach wie vor auf das Coronavirus. Und dazu möchte ich trotzdem nochmal in der Frage der falsch positiven Rate nachhaken. Denn es gibt eine alte Diskussion aus dem Frühjahr, die in den sozialen Medien gerade ein kleines Revival, könnte man sagen, erlebt. Da gibt es den plakativ formulierten Einwand, der Test sei wie Kaffeesatz lesen, weil im Zweifel nur Fragmente des Virus nachgewiesen werden. Also einzelne Genschnipsel, die gar nicht belegen, dass das Virus sich vermehrt oder mal vermehrt hat und keine Infektion nachweisen. Wir haben gelernt, dass es anders als mit Bakterien keine Normalbesiedlung mit Coronaviren auf der Schleimhaut gibt. Kann man aber zufälliger Träger eines Virusrests im Rachen sein? Nein, also ohne ein volles Virusgenom gibt es kein Virusrest. Also wenn man das so sagt, da sind nur Fragmente nachgewiesen worden, dann stimmt das eigentlich gar nicht. Also das sind schon Virusgenome. Das kommt vielleicht so ein bisschen aus der molekularbiologischen Wahrnehmung, dass es dann meistens nicht klappt, wenn da nur noch so wenig Virus ist am Ende einer Infektion, dass man das Virus dann ganz sequenziert. Also das gesamte Genom analysiert und ja auch in der PCR vorher amplifiziert. Das liegt aber einfach nur daran, dass das dann zu wenig ist. Aber es gibt kein Virusfragment, ohne dass da ein volles Virusgenom ist. Es gibt keine RNA in der Zelle, die so ähnlich wäre wie das Genom von einem Coronavirus, dass man das verwechselt in der PCR. Und es gibt auch keine Verwechslungen mit anderen Viren, anderen Erkältungsviren, anderen Coronaviren oder sonst was für Krankheitserregern. Da ist einfach kein Raum für diese Diskussionen. Die PCR ist da einfach zweifelsfrei. Dieses Stichwort Verwechslung ist ja der zweite Vorwurf, der immer formuliert wird. Auch über den haben wir schon mal hier gesprochen. Man kann das ja nachlesen. So ein Test wird validiert gegen andere Viren. Das heißt, es wird geprüft, ob der Test unbeabsichtigt auch auf andere Erreger anspringt. Welche anderen Viren sind das, von denen Sie ausschließen können, dass der PCR-Test Sie versehentlich mit anzeigt? Oh, die Liste habe ich jetzt nicht vor mir liegen. Aber das sind so eigentlich alle Erkältungsviren, die vorkommen beim Menschen. Diese Validierungsdaten, die sind schon in der Erstpublikation drin. Also Corman et al., im Januar publiziert in Eurosurveillance. In dem Artikel ist das gleich dabei. Also wir haben eine sehr große Validierungsstudie gemacht, schon mit der Erstveröffentlichung der ersten PCR. Also das muss man ja auch wissen, unsere PCR war zwar die erste, die ist aber längst nicht mehr die einzige. Seitdem Firmen dann eben auch soweit sind, solche PCRs anzubieten, wird übrigens unsere PCR so als selbstgemachtes Protokoll in der Diagnostik gar nicht mehr verwendet inzwischen. Die Labore sind eigentlich alle inzwischen dazu übergegangen, die Tests von Herstellern zu beziehen. Die haben unsere PCR zum Teil übernommen, zum Teil aber auch ein bisschen modifiziert. Und allen ist gemeinsam, dass die zusätzlich zu unserer Validierung nochmal wieder selber Validierungen gemacht haben. Denn sonst darf man solche PCRs gar nicht verkaufen. Die muss man ja zertifizieren lassen. Und da muss man selber nochmal wieder Validierungsdaten zusätzlich vorlegen. Also das ist alles nicht so einfach, wie das, sagen wir mal, in manchen Internetressourcen, Internetforen so behauptet wird. Das ist schon eine sehr wasserdichte Diagnostik. Für alle, die das nachlesen wollen, wir verlinken das hier in dieser Folge vielleicht auch nochmal diese Erstpublikation, auf die Sie gerade angesprochen haben. Ich kann es aber auch einfach mal sagen. Also ich kenne natürlich auch die Liste auswendig von Erkältungsviren im Menschen. Auch wenn ich die jetzt nicht vor mir liegen habe. Aber da sind zum Beispiel die Varianten der Influenzaviren dabei, die beim Menschen vorkommen. Auch Influenza B und C. Und Adenoviren sind dabei. Dann natürlich die Rhinoviren und Enteroviren, also die unbehüllten RNA-Viren, die jetzt gerade in den Kindergarten und Schulen wieder viel vorkommen, weil sie über die Hände eben übertragen werden, über die Flächen. Dann Parainfluenza-Viren, das sind Parainfluenza 1 und 3 in einem Genus und im anderen Genus, also eine Gattung Parainfluenza-Virus 3 und 4. Dann RSV, HMPV, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Dann die vier Coronaviren, das ist Humanis Coronavirus 229E und NL63. Das ist die Gattung Alpha-Coronavirus und dann in der Gattung Beta-Coronavirus, Humanis Coronavirus, OC43 und HKU1. Das ist getestet worden. Und zwar jeweils alle diese Viren nicht nur in einer Probe, sondern das ist eine ganze Reihe von Proben von Patienten für jedes Virus. Wo man immer vorher schon wusste, dieses Virus ist da drin. Und dann zusätzlich zu diesen Patientenproben auch noch Zellkultur-Materialien mit diesen Viren drin, wo das geht, also wo diese Viren kultivierbar sind. Nicht alle Viren sind in Zellkultur kultivierbar, anzüchtbar, isolierbar. Aber da, wo das ging, haben wir das auch noch gemacht, weil da eben häufig dann besonders viel Virus drin ist in so einer Zellkultur. Um eben diese PCR hart auf die Probe zu stellen und wirklich zu beweisen, dass sie nie falsch reagiert. Und das tut sie einfach auch nicht. Ein letztes Stichwort noch zum PCR-Test. Vor ein paar Tagen hat der Bund bekannt gegeben, dass er einen besonders schnellen PCR-Test fördern will, der das Ergebnis in nur 39 Minuten liefern soll. Wie schnell kann ein PCR-Test überhaupt sein? Ach, 39 Minuten ist schon schnell. Aber ob man da jetzt die letzte halbe Stunde rausholt oder nicht, also normalerweise ist es eben so knapp über eine Stunde. Darauf kommt es da auch nicht mehr an. Also die Testzeiten bei der PCR für das Gesamtverfahren, die gehen vor allem für den Probentransport drauf. Und dann natürlich für die Wartezeiten, denn man testet ja im Labor nicht nur eine Probe, sondern wartet erstmal, bis eine ganze Reihe zusammengekommen ist. Dann für das Entstöpseln der vielen Plastikgefäße, ich sage immer für die Plastikflut, die da im Labor auftaucht. Da gehen die Zeiten drauf. Und dann natürlich auch später bei der Befundmitteilung nicht die reine, blanke Mitteilung. Also dass ein Computer das Ergebnis rausschickt, ist ja der Prozess, sondern da ist ja immer auch ein Arzt dazwischen. Und der muss ja das Ergebnis nochmal anschauen. Vorher sind es die TAs, die auch nochmal draufschauen, technisch. Alles das dauert Zeit. Und dann die vielen Rückfragen, das darf man auch nicht vergessen. Wenn man Diagnostik macht, ist das eine ärztliche Tätigkeit und auch eine Konsultation mit behandelnden Ärzten. Und die haben häufig Rückfragen, wie der Befund denn zu interpretieren ist. Also das sind eigentlich die Zeitkontingente im Labor und nicht die reine Analyse in der PCR.